So, wie bereits in Minecraft angekündigt, das Video zu dem Adventskalender für dieses Jahr. Also, ich hab schon so ein paar Vorschläge, zum Beispiel Slender von Darlene und irgendwas noch von Darlene, ich hab's jetzt gerade vergessen, ist auf jeden Fall im Chat verlaufen. Dann hab ich noch so ein paar eigene Ideen, zum Beispiel Tofuboy, Hardhead gegebenenfalls, ist irgendwie so ein Megaman-Klon. Ein paar Sachen außer Basement-Collection vielleicht, einmal Binding of Isaac, das wird auf jeden Fall dabei sein, vielleicht eine Amnesia-Custom-Story und ein paar Sachen, die mir gerade nicht einfallen, aber auf jeden Fall sind da noch ein paar Sachen geplant. Also, auf jeden Fall könnt ihr in die Kommentare jetzt eure Vorschläge schreiben, meine Vorschläge werde ich größtenteils versuchen umzusetzen und die beiden von Darlene, wenn es nicht nur noch mehr waren, ich weiß es gerade gar nicht. Ja, also bitte in die Kommentare schreiben, eure Vorschläge, so wie letztes Jahr maximal eine Stunde, obwohl eine Stunde schon ein Team nicht lang ist, muss ich dazu sagen. Also, bei einem Spiel, was eine Stunde dauert, könnte es vorkommen, dass es nicht um Punkt 0 Uhr des Tages online ist. Deswegen versucht am besten kürzere Spiele, also Spiele, die man in kürzerer Zeit durchspielen kann, fortzuschlagen. Und, ja, wir sehen uns dann beim nächsten Let's Play, Let's Info, was weiß ich, wie man es... Let's Info heißt es nicht mal, Info-Video oder was weiß ich wieder. Ähm, ach, verdammt, ähm, ich sag das jetzt einfach mal hier, ähm, der Live-Stream, wenn wirklich einer noch kommen sollte, wird das morgen sein. Wenn ja, hau ich nochmal schnell heute noch ein Video raus, ähm, es kommt drauf an, wie ich mich fühle, bla, blub, ob ich da Lust zu hab. Auf jeden Fall, ähm, dann bis zum nächsten Info-Video, let's play, whatever, bis dahin nicht mehr im K&T anschauen.